Herzlich Willkommen alle hier im Hof und da draußen. Herzlich Willkommen Markus, zu uns, der erste physische Gast, den wir hier haben. Wir haben uns an der Bar kennengelernt vor ein paar Wochen, eine sehr glückliche und tolle Begegnung. Und jetzt sitzt du hier und der Impuls war einfach, dass wir sozusagen fortsetzen, was wir so ein bisschen angesprochen haben, weil ich einfach total fasziniert war von der Klarheit, die du da in wenigen Minuten sozusagen mir rübergebracht hast. Und was auch für eine tolle Kombination, gestern hatten wir mit Byron Katie gesprochen, ebenfalls eine ganz klare Denkerin und Vordenkerin und die noch von einer anderen Richtung kommt, aber die grundsätzliche Ausrichtung ist irgendwie dieselbe. Du bist Doktor, Professor, Inhaber des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie. Vielleicht kannst du uns nachher noch kurz sagen, was das heißt auch. Und im Wesentlichen hast du zwei Bücher geschrieben oder mehrere sogar. Und eins ist jetzt sozusagen kurz bevor es rauskommt, Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Und eines, was mich auch sehr die letzten Tage so begleitet hat, warum es die Welt nicht gibt und ist auch die Brücke zu Byron Katie. Also herzlich willkommen und noch einen kleinen Applaus für den Markus, bitte. Ja, an erster Stelle vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, einen begründeten, also nicht wie eben die hupenden Impfgegner, die ich, mein erster Kontakt mit Berlin war, vor dem Zoologischen Garten, sondern einen begründeten Widerstand gegen unnötige Formate der Digitalisierung. Man kann die Dinge ja kombinieren, aber physische Präsenz ist ein natürlich nicht zu überwindendes Kulturgut. Und in der inzwischen sprichwörtlichen neuen Normalität, über die wir uns sicher auch unterhalten werden, müssen wir jetzt ja Wege finden, wie wir verantwortungsvoll nicht nur irgendwie wieder zueinander finden, sondern insbesondere eine neue Gesellschaftsordnung entwerfen. Denn klar sollte geworden sein, dass ein Kartenhaus von Systemschwächen in sich zusammengestürzt wird und die Frage, die wir uns jetzt, glaube ich, alle gemeinsam stellen müssen, ist, wer wir in Zukunft sein wollen. Denn das, was wir vor zehn Wochen waren, gibt es erfreulicherweise nicht mehr. Also dieses Ereignis hat es ja so noch nie gegeben. Also nicht mal die Weltkriege haben sozusagen so viele Menschen in diesem Ausmaß irgendwie erreicht. Und diese Bewusstseinsöffnung, die jetzt irgendwie so zwangsmäßig stattgefunden hat, die ist ja wirklich Wahnsinn. Die Menschen sind offen. Und durch diese Tore kann es natürlich total viel reinkommen. Hast du schon sozusagen erste Sachen, die dir auffallen, wo du sagst, auf dem globalen Level, da tut sich schon was, da sickert schon was rein? Also ich stelle fest, durch sehr viele internationale Gespräche, die ich führe, zum Beispiel gestern mit der japanischen Tageszeitung Mainichi Shimbun, die interessanterweise vielleicht nur wenigen Menschen überhaupt bekannt ist. Die ist aber die auflärgungsstärkste Tageszeitung der Welt. Also die New York Times ist nichts im Vergleich zu den japanischen Tageszeitungen. Die haben zehn Millionen Abonnenten, werden aber eben nur in Japan gelesen, aufgrund der Sprache und so weiter. Also das war ein bemerkenswertes Gespräch. Und die Woche zuvor war ich in einigen Debatten in Mexiko, natürlich derzeit alles digital. Und was ich insgesamt festgestellt habe in den verschiedenen Gesprächen, ist in der Tat, dass es Phasen gibt, in denen wir alle als Menschen jetzt eine oder vermutlich die erste genuin globale geteilte Krise durchlaufen. Denn die Weltkriege, die du ja schon angesprochen hast, waren in einem bestimmten Sinne nicht Weltkriege. Die wurden auch teilweise regional geführt. Es gab einen atlantischen Krieg, der eine ganz andere Dynamik hatte als der Krieg im sogenannten Westen, selbst wenn diese Kriege natürlich zusammenhängen. Aber das ist vermutlich das erste, die gesamte Menschheit bewusst umspannende Ereignis. Und das ist etwas Neues. Und darin liegt eine wesentliche Chance. Also es ist natürlich banal, aber zu sagen, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Allerdings ist der Gedanke hier in diesem Fall, glaube ich, sehr ernst zu meinen. Und auf Chinesisch, gut, die Etymologie ist etwas umstritten, aber dennoch hört man das im gegenwärtigen Chinesisch, ist eines der Worte für Krise, Wei Ji. Und Wei heißt Gefahr und Ji heißt Gelegenheit. Also ein chinesisches Wort für Krise ist eben Gefahrgelegenheit. Das andere genauso verbreitete Nuan Guan heißt so viel wie schwere Fahrt, schwerer Pass. Es ist schwer, dorthin durchzugelangen. Und wir befinden uns jetzt in einer kritischen Situation der Menschheit insgesamt, die im Wesentlichen darin besteht, dass wir eben darauf gestoßen sind, dass wir jetzt Menschen sind. Ich sehe also eine Chance auch, die Identitätspolitik, ich sage noch etwas mehr darüber in unserem Gespräch, was ich genau darunter verstehe eigentlich, die Identitätspolitik zu überwinden. Das heißt aufzuhören, in nationalen und sonstigen, gar regionalen Grenzen zu denken. Also das ist die Chance, die ich sehe und ich stelle fest, dass es überall in den Gesprächen, in denen ich jedenfalls in den letzten Wochen war, ein Bewusstsein dafür gibt, dass das jetzt notwendig ist. Also ich treffe kaum jemanden, der ernsthaft glaubt, man könne und solle gar zurückkehren zu der Situation, die wir jetzt hinter uns gelassen haben. Und du sagst, es geht ja auch gar nicht, weil die Probleme vorher waren ja schon groß genug. Genau. Es gibt gar nichts, wo man zurückgehen könnte. Richtig. Erstens ist das zerstört. Also aus sehr vielen Gründen, dazu gehören auch ökonomische Gründe, geopolitische Gründe, die globalen Produktionsketten, die ohnehin unplausibel waren in der Gestalt, diese Ketten sind auch gar nicht mehr da. Also man muss sich nur den Containerverkehr zum Beispiel anschauen, also ganz auf einer sozioökonomischen Ebene der Ressourcenverteilung funktionieren die globalen Produktionsketten derzeit nicht. Und wer will sie denn schon wieder haben? Wie lange sind wir denn bereit, einen Wohlstand aufzubauen, zum Beispiel in Deutschland, um jetzt nur über uns zu sprechen, die wir derzeit noch in unsere Grenzen eingepfercht sind? Wie lange sind wir denn bereit, diesen Wohlstand aufzubauen, um den Preis, dass wir mit einem furchtbaren Regime der kommunistischen Diktatur in China unmoralische Geschäfte machen? Das ist doch ein Preis, den man eigentlich nicht bereit sein sollte zu zahlen. Wobei natürlich hinzukommt, dass es auch Lungentote gibt, die wir mit verursachen, weil, vergessen wir es nicht, in Deutschland wurde der fossile Brennmotor und so weiter ja erfunden. Also Baden-Württemberg ist nicht nur der Geburtsort der Grünen und Verfassungsgericht und so, es gibt also sehr schöne Dinge in Baden-Württemberg, aber es gibt in Baden-Württemberg vor allen Dingen auch Daimler-Benz. Und wegen dieser Produktionsbedingungen, die dazu geführt haben, dass wir einen Wohlstand angehäuft haben, den wir jetzt übrigens in wenigen Wochen einfach ausgegeben haben, diese Produktionsketten sind eben völlig unhaltbar. Und jetzt sind sie zumal zerstört. Hinzu kommt, dass der Versuch zurückzukehren in die vermeintliche Normalität automatisch daran scheitern wird, dass Sand im Getriebe hängt, nämlich das neuartige Virus. Dieses neuartige Virus ist ja nicht weg, sondern es schlummert an unsichtbaren Punkten. Niemand weiß genau, wo es ist. Und das Interessante ist, dass damit ja etwas für das bloße Auge Unsichtbares, dass wir bestenfalls in verlieblen, also irrtumsanfälligen Computersimulationen und naturwissenschaftlichen Modellen überhaupt beobachten können, dass etwas so Unsichtbares die Ordnung unseres Zusammenlebens offensichtlich gemacht hat, wie noch niemals irgendetwas, was uns in der Moderne in dieser Form begegnet ist. Also hier sind ganz viele Paradoxien und Widersprüche, die in Erscheinung getreten sind. Und das bedeutet aber, dass eben etwas, was zuvor verborgen war, jetzt sichtbar ist und damit überarbeitet werden kann. Das ist in einem Wort die Chance für eine neue Aufklärung, weil das Licht jetzt auf dasjenige scheint, was wir sind. Wir können das jetzt nicht mehr verborgen halten. Das ging noch vor zehn Wochen. Man konnte noch glauben, dass der Massentourismus in irgendeinem Sinn und der Turbokapitalismus und der Burnout, in den wir uns hineinbewegt haben und so weiter, dass das gut sei. Das konnte man sich irgendwie einreden mit dem Gedanken der Alternativlosigkeit. Was sollen wir denn auch tun? Und wenn wir es nicht tun, dann tut es jemand anders. Man erinnere sich an alle diese Ausreden. Und diese Ausreden sind jetzt auch politisch unplausibel, weil wir alle gesehen haben, dass es möglich ist, um beinahe jeden Preis das moralisch Richtige zu tun. Wir haben uns ja dafür entschieden, in Deutschland inzwischen über 1.000 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um dafür zu sorgen, dass nicht zwischen, sagen wir mal, 400.000 und eine Million Menschen sterben, indem wir das Virus einfach laufen lassen. Das ist ein ungeahnter Vorgang der öffentlich demonstrierten Moralität. Und wie wichtig diese Betrachtungsweise auch ist. Du hast auch erzählt, wie wahnsinnig die internationale Aufmerksamkeit jetzt auch auf Deutschland liegt. Und die Tradition jetzt bei uns in der Philosophie oder eben Wissenschaften, die jetzt über das Gesundheitssystem hinausgehen, die natürlich jetzt momentan irgendwie die Informationsprägt. Aber die Welt schaut auf uns und wir sind gesellschaftlich, haben wir so ein großes finanzielles Polster, aber gleichzeitig auch natürlich ein Wissenspolster, ein gesellschaftliches Polster. Das fand ich irgendwie sehr spannend, dass du gesagt hast, dass in anderen Nationen natürlich die unmittelbare Krisenbewältigung, da gar nicht dieser Raum dafür da ist. Und bei uns gibt es Gott sei Dank diese Tradition von diesen Wissenschaften in diesen ausgeprägten, auf diese ausgeprägte Art. Das ist jetzt auch genau der Moment, vielleicht für Deutschland einen Schritt voranzugehen, der jetzt nicht unbedingt wirtschaftlicher Natur ist. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es wäre ein massiver und ausgesprochen gefährlicher Irrtum, wenn wir jetzt einen Fehler wiederholten, den man auch in den letzten 30 Jahren beobachten konnte, in verschiedenen Varianten, den ich kurzum als Naturalismus bezeichne. Naturalismus ist eine bestimmte Form der Weltanschauung, das ist überhaupt nicht weltanschaulich neutral, wie Sie gleich alle sehen werden. Das ist nämlich der Gedanke, dass wir die Wirklichkeit, in der wir uns befinden, insgesamt und vollständig dadurch entziffern, kontrollieren und vorhersagen können, dass wir die Methoden der Natur- und Technowissenschaften aufrufen. Also wenn man glaubt, man könne den Menschen vollständig verstehen, wenn man das Ensemble des naturwissenschaftlichen Wissens und der technologischen Kontrolle anwendet, dann hat man alles das übersehen, was den Menschen zum Menschen macht. Insbesondere das, was man in der philosophischen Tradition den Geist genannt hat und die höhere Moralität. Also Menschen leben ja ein Leben im Licht einer Vorstellung davon, wer oder was wir sind. Einige glauben, sie hätten eine unsterbliche Seele, andere halten sich für identisch mit ihrem Gehirn und so weiter. Es gibt also sehr viele Vorstellungen davon, was es eigentlich bedeutet, dass wir hier sind. Nennen wir das einfach das Hiersein. Und wir wissen nicht und schon gar nicht durch naturwissenschaftliche Forschung, was das Hiersein bedeutet. Und die große Chance, die wir jetzt haben, ist, alles Wissen, das wir gesammelt haben, und eben nicht nur naturwissenschaftlich-technologisches Wissen, zusammenzurufen, um die Frage zu beantworten, wer wir sein wollen, wenn es uns denn gelingen kann, eine gerechte Ordnung zu erzeugen. Das ist die große Chance. Und das ist in der Tat, wenn man in die Geschichte der Moderne schaut, Unter der Moderne verstehe ich im Wesentlichen jetzt die Prozesse, die abgelaufen sind, insbesondere im Gefolge der französischen Revolution. Also ab dem Augenblick, als man dachte, die Bürgerinnen und Bürger müssten autonom sein. Das heißt, sich selbst steuern und sich selber ein Gesetz geben, dem sie unterstehen, ohne dass irgendjemand über dem Gesetz ist. Das ist der Startschuss der Moderne. Und die Moderne ist ursprünglich mit dem Versprechen aufgetreten, eben an erster Stelle die philosophische Reflexion zu setzen. Das heißt, das Nachdenken darüber, wer wir sind und alles andere Wissen tun und handeln, muss dieser Übung nachgeordnet werden. Es braucht eine Kooperation. Wir müssen natürlich etwas über unseren menschlichen Organismus wissen oder in der Situation, in der wir uns gerade befinden, natürlich auch über die Ausbreitungsstruktur eines Virus und so weiter. Aber zu glauben, wir könnten die derzeitige Krise auch nur ansatzweise meistern, indem wir noch mehr Star-Virologen feiern, ist ein fundamentaler Irrtum. Virologen sind sehr nützlich zur Sequenzierung des genetischen Codes von Viren. Das ist ja nicht zu bezweifeln. Aber natürlich sollte man Virologen nicht um politischen Rat fragen. Das wäre ja ein fataler Fehler. Was wissen die denn von Politologie? Das heißt, es geht jetzt darum, alles das, was Menschen über sich selbst erkennen können, zusammenzustellen, um einen gesellschaftlichen Entwurf vorzulegen, der auf der Höhe des 21. Jahrhunderts ist. Ja, das hört sich für mich so ein bisschen an, was auch diese Themen, die wir in der Landwirtschaft haben oder die Wichtigkeit der Landwirtschaft, wenn du sagst, eigentlich diese Geisteswissenschaften, die Philosophie, die wer wir sind, wo wollen wir hin, sollte eigentlich die übergeordnete Thematik sein. Genauso würden wir uns ja wünschen, dass die Ökologie übergeordnet zu allen Entscheidungen sind und wir uns darunter sozusagen die Wirtschaft organisieren, den Sozialstaat organisieren, weil ohne ein Gleichgewicht, ein Ökologisches funktionieren die anderen Sachen ja nicht. Das ist ganz sicher so, denn wir wissen ja nach der Corona-Krise, wenn es ein Danach gibt, mir ist zum ersten Mal klar geworden, dass vielleicht der Gedanke auch falsch sein könnte, dass wir auf etwas warten, was danach kommt. Also es gibt ja auch kein Nach-der-Aids-Krise. Wann ist danach? Wir sind mittendrin. Es sind 38 Millionen Aids-Tote derzeit zu beklagen. Wir haben Medikation, aber natürlich ist das Virus nicht aus der Welt und die Krankheit, die es auslöst. Dasselbe gilt für Hepatitis C und beliebig viele andere Krankheiten. Und wir haben ja unsere Bewegung, unsere alltäglichen Hygienemaßnahmen und so weiter, ausgerichtet an der Präsenz, bewussten, erkannten Präsenz solcher Viren. Und es besteht begründeter Verdacht, dass wir in derselben Lage sind mit diesem neuartigen Coronavirus. Das wird nicht weggehen. Also die Experten, mit denen ich spreche, sagen mir, Impfstoff vergisst es. Wenn überhaupt in irgendeiner fernen Zukunft wahrscheinlich gar nicht. Das ist auch eine ganz falsche Hoffnung, darauf zu setzen. Das heißt, wir müssen sowieso irgendetwas kreieren, was uns erlaubt, damit umzugehen, dass ein neuartiges Virus unter uns ist. Und insbesondere müssen wir die Welle, man erinnere sich vor zehn Wochen, die erste Welle der Solidarität, die dürfen wir jetzt ja nicht über Bord werfen, sondern müssen diese positive Energie, dass wir nämlich auf einmal das tun, zum ersten Mal seit langer Zeit gesellschaftlich, was wir tun sollen, diese Welle müssen wir mitnehmen. Nur verstehen, dass es natürlich ein Fehler ist, zu glauben, das einzige moralische Gebot sei das, was ich den virologischen Imperativ genannt habe. Das heißt, das, was uns das Virus vorgibt. Wenn wir glauben, Moral sei identisch mit Virenbekämpfung, dann wäre das auch natürlich ein verzerrtes Bild des Menschen. Denn als nächstes kommt die Klimakrise. Die ist ja in vollem Gange. Während wir uns im Lockdown befinden, scheint die ganze Zeit die Sonne. Ja, und Bonn hat derzeit, klimatisch fühlt sich das an wie San Francisco, vielleicht sogar Südkalifornien an vielen Tagen. Ja, wir befinden uns mitten in einer Dürre. Und die Phänomene, wenn man bei mir im Wald laufen geht, das ist, was ich jetzt tue, wie so viele, oder mit dem E-Bike fährt, das ist ja auch eine Industrie, die in diesen Tagen geboomt ist, dann wird man feststellen, der Borkenkäfer hat die Wälder zerfressen, es sind überall Lücken und so weiter. Das ist ja der Anfang vom Ende, das wir eingeleitet haben, nämlich die Selbstausrottung der Menschheit. Hinzu kommen die Probleme der Digitalisierung. Also die Gefahren der künstlichen Intelligenz sind überhaupt nicht gebannt. Da gibt es ernstzunehmende philosophische Überlegungen darüber, dass wir uns durch die Digitalisierung auch als Menschheit insgesamt hinrichten könnten. Darüber können wir uns auch gerne unterhalten. Also es sind gigantische Problemfelder, die auf uns zurollen, ganz zu schweigen von der Selbstunterminierung der liberalen Demokratie durch die sogenannten sozialen Medien. Es ist ja schon so weit gekommen, dass selbst Donald Trump einsieht, dass Twitter schlimmer ist als Donald Trump. Also das ist ja doch eine bemerkenswerte Wollte. Und wenn Mark Zuckerberg darauf reagiert und in aller Öffentlichkeit sagt, man könne doch nicht beurteilen, was wahr und was falsch sei, dann ist alle Hoffnung verloren. Natürlich können wir beurteilen, was wahr und was falsch ist. Berlin liegt nördlich von Bonn, ist zum Beispiel wahr. Du sollst keine Kinder quälen, ist zum Beispiel wahr. Du sollst alles tun, um die ökologische Krise, soweit das noch irgendwie geht, rückgängig zu machen. Das sind alles wahre Sätze. Und wenn jetzt Mark Zuckerberg sagt, wie Wahrheit und Falschheit gibt es doch gar nicht, als Reaktion darauf, weil er fürchtet, Donald Trump könnte Facebook angreifen, dann sehen wir ja, was dort für ein Krisenpotenzial herrscht. Das heißt, wir haben einen riesigen Stapel von fundamentalen Krisen, die sich angehäuft haben. Und das ist so wie in einem individuellen Leben. Wenn wir in unserem individuellen Leben sehr, sehr viele Krisen angehäuft haben und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, nicht mehr wissen, wie wir uns bewegen können, so ist es ja auch durch das Coronavirus. Wir wissen gar nicht, wie man gehen kann. Wir sind gelähmt, weil jeder Schritt, den man tut, dazu führen könnte, dass man jemanden infiziert. Wir haben ja ein gestörtes Verhältnis derzeit zu unserer eigenen Leiblichkeit, weil wir uns immer fragen müssen, was passiert, wenn ich jemanden berühre oder wenn ich jemanden anschaue oder wenn ich atme. Wir haben ja eben eine Meditation gesehen und auf einmal ist der Atem zu einem, das Atmen ist geworden, das Ausstoßen von Areosolen, auf denen sich eine statistisch messbare Viruswahrscheinlichkeit befindet, was ja eine völlig zynische und aberwitzige Vorstellung vom Wesen des Atmens ist. Also wer sich so zu sich selbst verhält, als potenzieller Virusträger ständig, der ist genauso wie jemand, der sich für identisch mit seinem Gehirn hält. Das ist eine Reduktion der menschlichen Lebensform. Was ich also damit sagen möchte, ist, dass es absolut notwendig ist, dass wir ein Menschenbild entwickeln, das sich auf der Höhe befindet dessen, was Menschen in den letzten 3000 Jahren gedacht haben. Wir sind metaphysisch, also auf der Ebene der Untersuchung dessen, was über die Physik hinausgeht, in den letzten 30 Jahren hinter die altgriechische Philosophie zurückgefallen. Und das ist ja peinlich. Man kann ja nicht sagen, wir befinden uns also im 21. Jahrhundert, wir digitalisieren alles und jedes, wir haben Netflix und so, aber wenn es um die Logik geht, also um die Frage, wie der Mensch über sich selbst nachdenkt, dann schlagen uns Platon und Aristoteles, selbst wenn die 10 Kästen Bier getrunken hätten. Das geht nicht. Das ist ein unwürdiger Zustand und das insbesondere, wenn wir uns daran besinnen, wir sind ja hier in Berlin, dass hier zum Beispiel mal Philosophen wie Fichte, Schelling, Hegel oder Schleiermacher herumliefen. Das ist nur eine von vielen Traditionen. Wir haben ja eben uns kurz in die indische Tradition begeben. Es gibt eine chinesische und afrikanische Philosophie, Tradition, die auch ganz bemerkenswert ist. Man vergesse nicht, Ägypten liegt zum Beispiel auch in Afrika und so weiter. Es gibt also einen riesigen Menschheitsschatz, den wir einfach verschleudert haben, weil wir gedacht haben, wir könnten tatsächlich alles durch Naturwissenschaft und Technik lösen. Dabei übersieht man dann, was auch eine Tatsache ist, über dieses Projekt, dass die Kombination aus Naturwissenschaft und Technik, das, was man heute so Forschung nennt, das nennt man meistens Forschung, wenn man dafür auch noch Drittmittel erhält, aus der Industrie, dann heißt das Forschung. Und diese Kombination aus Naturwissenschaft und Technik alleine hat natürlich Menschenleben gerettet, keine Frage, aber hat natürlich mehr Menschenleben auf dem Gewissen als aller vermeintlicher religiöser Aberglaube zuvor. Also Stichwort Atombombe. Und natürlich hätten wir keine ökologische Krise, wenn wir nicht versucht hätten, jede Form von Weisheit zu ersetzen durch technologische Manipulation der menschlichen Lebensform. Das ist also ein insgesamt verwerflicher und törichter Vorgang. Und jetzt sehe ich eine Chance, dass wir aus diesem Vorgang aussteigen. Aber läuft uns das jetzt vielleicht davon, weil sozusagen die Komplexität hat ja seit dem Urknall eigentlich zugenommen. Auf physischer Ebene, wir rennen ja gesellschaftlich, die Dinge werden immer komplexer. Momentan sind unsere Strukturen ja nicht in der Lage, diese Sachen sozusagen so zu integrieren, damit wir gemeinsam Absprachen finden, die sozusagen all diese Themen berücksichtigen. Also mir hilft da manchmal immer die letzte Zeit, weil alles muss ja zusammenspielen, damit irgendwie Veränderung passiert. Und wenn man an ein Mobile denkt, das sozusagen mit einer Basis anfängt, was sozusagen wir alle sind als Einzelpersonen, die sozusagen an uns arbeiten, also was können wir tun? Und dann baut darauf auf sozusagen das Menschenbild, wir brauchen Struktur. Das Mobile braucht eine Struktur. Was ist das Menschenbild, was du angesprochen hast? Wo wollen wir sozusagen hin? Dann, um das Mobile funktioniert, brauchen wir ein, brauchen wir Balance, was wir momentan demokratisch organisieren. Und damit dann alles in Bewegung kommt, brauchen wir sozusagen die Energie. Und diese Veränderung sozusagen überall, also wo fängt die an? Fangen wir sozusagen jetzt als, was können wir als Unternehmer beispielsweise machen? Was kann ich selber für mich machen? Was kann ich an der Arbeit mit Politikern machen? Was, also wie findet der Austausch statt? Fangen wir jetzt einfach alle gleichzeitig überall an? Oder wo ist deine Hoffnung, wo sozusagen, wo ist die größte Tür, wo jetzt Veränderung durchgehen kann? Also ich würde sagen, dass jedes Teilsystem der Gesellschaft, also ich sage kurz, was ich darunter verstehe, dass die Begriffe so klar wie möglich sind. Unter der Gesellschaft verstehe ich das größtmöglich denkbare Ganze aller sozioökonomischen Transaktionen. Das erläutere ich jetzt. Also alles, was wir tun, in den Zug steigen, jetzt uns unterhalten, wie wir sitzen, wie wir uns kleiden und so weiter, ist ja eine, adressiert irgendjemand anderen. Wir tun niemals etwas, ohne uns jemanden dabei vorzustellen. Das kann auch unser vergangenes Selbst sein oder unser künftiges Selbst. Das heißt, wir befinden uns in jeder Handlung, egal wie klein sie ist, in einem imaginären oder wirklichen Gespräch mit irgendeiner anderen Person oder sehr vielen Personen. Das heißt, wir sind immer gesellschaftlich. Es gibt keinen Ort, an dem wir nicht sozial sind. Selbst wenn man sich in die Einsamkeit zurückzieht, um spazieren zu gehen, ist das auch ein solcher Akt. Das tun ja auch viele. Das ist ja auch ein sozialer Ritus. Niemals tut man etwas, was so originell ist, dass es niemand tut. Das geht gar nicht. Weil der Wunsch, das zu tun, wäre wieder nicht sehr originell, weil viele hatten den Gedanken, mal etwas sehr Originelles tun zu müssen. Das heißt, alles, was Menschen tun, ist automatisch mit anderen Menschen geteilt, ob wir wollen oder nicht. Und wenn man jetzt alle diese Effekte zusammennimmt, also alles, was jemand tut, weil er oder sie jemand anderen im Blick hat, sich vorstellt, wie sieht mich jemand anderes, eben einschließlich mich selbst. Man sieht sich ja auch selbst. Also Denken, hat Platon gesagt, ist ein Selbstgespräch der Seele. Also auch, wenn wir mit uns alleine sind, unterhalten wir uns mit einem Fremden, nämlich mit uns selbst als einem Fremden. Und wenn wir uns in dieser Situation befinden, erzeugen wir Gesellschaft. Das ist einfach das Ganze aller dieser Mikrotransaktionen. Und jede Transaktion untersteht der Frage, ob sie gut, neutral oder böse war. Es gibt nur drei moralische Werte. Wir haben das nur vergessen. Dazu gleich mehr, warum das so geschehen ist. Das Gute, das Neutrale und das Böse. Das Gute ist das, was wir unbedingt tun sollen. Das Neutrale ist das, was moralisch irrelevant ist. Ob man auf der linken oder rechten Straßenseite geht, ob man weiße oder schwarze Schuhe trägt und so weiter. Das entscheidet jeder selber. Das entscheidet jeder selber, genau. Was gut, böse, neutral ist. Erstmal. Nein, ich glaube, es gibt tatsächlich das objektiv Gute, das objektiv Böse und das objektiv Neutrale. Wir sind uns nur nicht immer sicher, worin die bestehen. Also nur, weil es die gibt, heißt das noch lange nicht, dass die einfach zu entdecken sind. Das heißt, es war immer, zum Beispiel, war es immer schon moralisch verwerflich, das Wort Böse klingt immer schlimmer, als es gemeint ist von Philosophen, aber sagen wir mal, aus moralischen Gründen nicht zu empfehlen. Also man rät davon ab, tue es nicht. Das ist erstmal das moralisch Verwerfliche. Es war immer schon moralisch verwerflich, Menschen sexuell zu belästigen. Nun haben die alten Griechen sich gegenseitig ziemlich viel sexuell belästigt, was man der altgriechischen Literatur gut entnehmen kann. Und wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten, dann müssten wir ihnen den Vorwurf machen und sie darauf hinweisen und sagen, jetzt Sokrates, merkst du nicht, was hier los ist auf eurem Symposium und so weiter. Der Alkibiades, der belästigt dich sexuell und dann müsste Sokrates sagen, stimmt, der Alkibiades, das ist ein ganz schlimmer Finger und so weiter. Und so könnten sie beide zu der Einsicht gelangen, dass in der altgriechischen Gesellschaft etwas nicht stimmt. Zum Beispiel, dass sie Sklaven haben. Sokrates, ihr habt Sklaven. Stimmt, wir haben ja Sklaven. Und so weiter. Das heißt, die Sklaverei war immer schon moralisch verwerflich. Man hätte nur die Sklaven fragen müssen. Die wurden aber nicht gefragt in der Regel. Deswegen konnten sie sich nur mit Sklavenaufstand melden. Also da gab es schon etwas, was moralisch empfohlen war und alles anderes, was moralisch eben verwerflich war. Das war nur unsichtbar. Und in unserer Lage ist das genauso. Die globalen Produktionsketten, so wie sie jetzt eingerichtet sind, wenn man sie genauer anschaut, je mehr man über sie weiß, desto mehr kommt man zur Erkenntnis, die dürfen gar nicht so sein. Also wenn man sich klar macht, dass die Kinderspielzeuge, die man verteilt, von Kindern hergestellt wurden, dann merkt man sehr schnell, da stimmt etwas nicht, um das Geringste zu sagen. Dann sieht man, wir haben hier ein moralisch verwerfliches, inakzeptables System eingerichtet, der Verteilung von Ressourcen. Das lässt sich auch nicht rechtfertigen. Dann kommen immer die Pseudo-Argumente, ja, aber besser als gar keine Arbeit in Bangladesch und so weiter. Das sind aber natürlich Pseudo-Argumente. Das ist so, als würde man eben an der Antike sagen, ja, dann haben die Sklaven wenigstens etwas zu tun. Was sollten die denn sonst machen? Ja, so. Das ist ja kein gutes Argument, sondern nur Verdeckungsstrategie. Das müssen wir also alles aufdecken. Und an jeder Stelle, an der wir etwas tun, ja, ob als Unternehmer, als Wissenschaftler, ja, oder egal in welcher Funktion, als Individuum, als Bürgerin, als Flüchtlingshelfer oder als Flüchtling, egal, ja, was wir tun, ja, sollte immer geschehen im Hinblick auf die Frage, ob wir das moralisch Richtige tun. Das heißt, das fängt an ganz kleinen Punkten an und wird dann ganz schnell groß. Also zum Beispiel als Unternehmer, du jetzt in deiner Rolle als Unternehmer, kannst dir eben auch die Frage stellen, ist das, was ich tue, nachhaltig? Wo kommen die Produkte her? Was erziele ich zum Beispiel auch mit meinem Design? Wir sind ja hier in einer sehr designbewussten Umgebung gerade, ja, und diese Umgebung hat Konsequenzen für das Empfinden der hier Anwesenden, ja, das heißt, die Situation ist schon dadurch moralisch geladen, dass du dir Gedanken darüber machst, ja, oder ihr euch Gedanken darüber macht, wie die Dinge hier buchstäblich eingerichtet sein müssen, sodass die Menschen, die hier sind, sich wohlfühlen, ja. Es ist ja sehr hier in der Situation darauf angelegt, auch Wohl, ja, Wohlbefinden zu generieren und dass die Herstellung von Wohlbefinden darf einfach gar nicht unvereinbar damit sein, dass wir ökonomischen Mehrwert erzeugen, ja, also es ist ja möglich, unternehmerisch tätig zu sein und das Gute zu tun. Geld ist als solches nicht verwerflich. Was verwerflich ist, ist der Gedanke, dass wir Mehrwert erzeugen, also mehr Geld, sehr vereinfacht gesagt, ja, uns zuschäffeln, indem wir andere Menschen reinlegen. Wenn das die Grundstruktur ist, die Grundarchitektur unseres Wirtschaftens, dann darf es uns natürlich nicht wundern, dass eine solche Wirtschaftsordnung wie in diesen Tagen vollständig unter dem Druck ihrer eigenen Immoralität zusammenbricht. Ich sehe auch in der Corona-Krise in unserem Verhalten in Deutschland teilweise ein Eingeständnis dessen, unbewusstes Eingeständnis, dass wir vorher etwas falsch gemacht haben. Es gibt auch eine Erleichterung, eine gesellschaftlich zu spürende Erleichterung darüber, dass hier jetzt etwas kaputt ist. Wenn das alles so gut gewesen wäre, dann gäbe es nicht diese Solidarität, sondern diese Solidarität gründet auch darin, dass wir sagen, endlich ist da etwas vorbei. Wie oft hört man denn in diesen Tagen das Wort Entschleunigung und zwar aus allen Ecken und Enden. Also niemand möchte ja wieder beschleunigen und wir werden noch mehr solcher Faktoren sehen. Also machen wir es noch konkreter. Die Luftfahrt, nehmen wir eine offensichtlich gerade sehr gefährdete Industrie. Wie sollte man also wieder mit der Luftfahrt beginnen? Nun bestimmt nicht so, wie es jetzt für den Juli geplant ist. Haut die Leute in die Maschine, die wollen nach Mallorca und dann wird es schon gut gehen. Nein, wird nicht gut gehen. Das wird nämlich dann, wie in den Baptisten-Gemeinden und so weiter. Früher das eine oder andere Flugzeug wird ein Infektionsherd. Das ist doch völlig klar. Die Wahrscheinlichkeit kann man sich ausrechnen. Sind die Flugzeuge in der Zwischenzeit umgebaut worden? Nein. Kurzum, Business Class für alle ist doch die klare Forderung. Also warum sollte es jemals wieder ein Fliegen geben, das a. ökologisch so wenig nachhaltig ist und b. außerdem unerträglich ist für die Menschen, die durch die Gates und so weiter geschleust werden. Die erste Reaktion ist ja jetzt erstmal wieder so fliegen wie früher. Also was, wann kommt die Änderung oder glaubst du, dass es ein automatischer Prozess ist, eine Wellenbewegung oder? Ich glaube, die Reaktion ist hier wie in den anderen gesellschaftlichen Sektoren, wir machen das jetzt so schnell wie möglich wie früher und dann wird immer wieder das Virus ausbrechen in diesen Ketten. Es wird den Versuch geben, die Ketten einfach wieder anzuknüpfen. Die sind kaputt. Ja, also ich, und jetzt will man sie sich doch anlegen. Ja, die Ketten muss man hier auch wirklich hören wie so Ketten der eigenen Versklavung. Ja, also ich möchte jetzt gerne die Kette wieder tragen und dann ziehen sich alle die Kette an und es wird einfach nicht gelingen, ja, weil immer wieder das Virus dazwischen kommt. Das ist das Interessante an diesem spezifischen Virus. Man hatte in der Zwischenzeit ja ganz viele Hoffnungen, virologische. Vielleicht ist es saisonal, vielleicht erreichen wir die Herdenimmunität, vielleicht gibt es eine Kreuzimmunität, vielleicht kommt ein Impfstoff, vielleicht gibt es eine Medikation, vielleicht ist es auch irgendwie doch gar nicht so schlimm und so weiter. Und jede einzelne dieser Hoffnungen ist ja systematisch enttäuscht worden. Jede Woche gab es irgendeine Hoffnung, ja, und in der Woche drauf war die Hoffnung weg. Und jetzt sind wir meines Erachtens in der Phase der Verzweiflung angelangt, ja, aber es wird dennoch genau diesen Versuch geben, alles wieder aufzumachen. Und der wird aber daran scheitern, nicht? Also, wenn das erste Flugzeug, ja, mit einem Superspreader im Flugzeug, dann wird man sehen, das funktioniert nicht. Und dann wird das alles wieder zurückgedreht. Dann werden wieder irgendwelche Menschen auf irgendwelchen Urlaubsinseln in Quarantäne sitzen. Dann wird Heiko Maas sagen, ich will sie aber nicht zurückholen und so weiter und so weiter. Das kommt ja alles, weil das Virus sozusagen erfreulicherweise nicht saisonal ist. Ja, es ist nicht so, es wird warm und dann geht es weg, wie Donald Trump gesagt hat. Ihr werdet sehen, wie ein Wunder. Nein, das Wunder von Donald Trump wird hier wie sonst nicht eintreten und deswegen glaube ich, werden wir, ja, gar nicht immer wieder bei der Lufthansa moralische Forderungen stellen müssen. Jetzt macht das Fliegen doch endlich menschenwürdig und bezahlbar. Das muss doch gehen und so weiter. Ja, wir müssen gar nicht diese Forderungen stellen, sondern die Lufthansa wird durch die Präsenz dieses Virus dazu genötigt werden, diesen Weg zu gehen. Und je länger die brauchen, das einzusehen, umso teurer wird es. Ja, also jede Minute, die wir darauf verschwenden, zu glauben, wir könnten fossil weiterfliegen, weiterfahren und so weiter. Wir könnten das überhaupt nur so tun. Ja, jede Minute kostet unvorstellbare Summen von Geld, weil klar ist, dass diese Hoffnung enttäuscht wird. Das ist, glaube ich, das Neue daran. Deswegen spüren wir diesen Bewusstseinswandel, weil hier eine Wahrheit zum Vorschein gekommen ist, die vorher geschickt verborgen war, durch Taktiken dessen, was der große Philosoph Adorno genannt hat, den Verblendungszusammenhang. Der Verblendungszusammenhang ist einfach in sich zusammengefallen, durch ein bisschen RNA mit Proteinhülle. Und das könnte genau der Weg sein, wie sozusagen, oder der Punkt sein, wo diese ganzen alten Strukturen einfach in sich zusammenfallen. Beispiel diese lustige Abwrackprämie. Ja. Wenn man jetzt das Virus hat, eine Reaktion vielleicht auf den Flieger, aber es ist wirklich spannend zu sehen, wenn sozusagen jetzt diese Prämie kommt für die Leute und die Leute kaufen die Autos trotzdem nicht. Genau. Weil sozusagen eine Veränderung stattgefunden hat und das finde ich eines der wesentlichen positiven Merkmale, die ich jetzt schon spüre bei den Leuten, die gehen nicht mehr zurück. Nicht, weil sie es bewusst wollen, sondern weil sich da einfach was verschoben hat. Also dieses Hinterfragen hat irgendwie stattgefunden. Und das wird wirklich natürlich total spannend zu sehen, wenn jetzt diese Versuche scheitern, was passiert dann? Ja. Und sind wir dann vor allen Dingen irgendwie in der Lage, das alles aufzusammeln, was da zusammenbricht? Und deswegen habe ich eben am Anfang unseres Gesprächs die Identitätspolitik auf den Plan gerufen, weil das ist das Nächste natürlich, was wir jetzt überwinden müssen. Da die gesamte Menschheit in einem Boot sitzt, ist es nicht möglich, über irgendeine nationale Identität alleine das Problem zu lösen. Also erstens haben wir ja auch gesehen, dass nicht nur es ein Fehler war, also auch epidemiologischer Fehler, beiläufig gesagt, nationalstaatliche Grenzen zu schließen. Was soll das denn bringen? Also man kann das ja einfach modellieren. Man stelle sich vor, Menschen können sich bewegen und es gibt sehr viel Bewegungsraum. jetzt kann man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass sie ineinander stoßen, die ist geringer, je größer der Bewegungsraum ist, macht dann Bewegungsraum kleiner, was passiert, treffen sie häufiger aufeinander. Also wunders was sind die Infektionen hochgegangen, obwohl der Lockdown kam, gerade deswegen, weil man die nationalstaatlichen Grenzen geschlossen hat. Das ist also schon mal absurd. Außerdem, dem Virus sind die nationalstaatlichen Grenzen selbstverständlich völlig egal. Es ist ja nicht so, als würde, das Virus sitzt so auf den Areosolen von uns unbemerkt, braucht dringend eine Zelle, um sich zu vermehren, weil es sonst nicht lebendig sein kann. Viren sind ja so Zombies, wie mein Kollege Slavoj Žižek gesagt hat, die sind Untote. Die sind nicht richtig lebendig, aber auch nicht wirklich tot. Die gehören zum Leben, aber können sich nicht selbst replizieren. Wieso Zombies? Die müssen in die Körper. Und jetzt ist es nicht so, dass das Virus dann merkt, oh nein, der Schlagbaum ist hoch in Frankreich, ich muss in Baden-Württemberg bleiben. Oder umgekehrt, genau. Der Kretschmann findet, bloß nicht das Virus reinlassen, wir müssen die Grenze nach Frankreich zu machen. Und wenn alles geschlossen ist, was wollen die Franzosen bei uns? Also das ist ja auch so, dass man dann denkt, nicht alles ist im Shutdown, die Geschäfte, Restaurants sind zu. Dann ist es nicht so, dass die Leute in Straßburg sagen, ein schöner Ausflug nach Heidelberg, das wäre jetzt eine gute Idee. Da kommt auch keiner. Das heißt, die Schließung der Grenzen war ein bizarrer Vorgang. Aber nicht nur haben wir natürlich das erlebt, also der Rückzug in nationalstaatliche Grenzen, sondern dann wird ja bis zum heutigen Tag auch der Olympia-Ersatz, wie ich das nenne, zelebriert. Also die allabendliche Verlesung der Corona-Statistik. Deutschland ist führend. Wir haben bei 180.000 und so weiter, die Genesenen werden ja gar nicht verlesen, aber die Toten und so weiter. Guckt mal, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber dann kommt jemand und sagt, ja, aber hast du schon mal in die Türkei geschaut? Ja, aber das stimmt dann nicht. Also immer wenn im Moment, wenn einer besser ist in Corona als wir, dann wird ja gemeldet, das sind getürkte Zahlen. Ja, also in Russland 380.000 Infizierte, 3.000 Tote oder was? Das kann ja gar nicht sein. Ja, das ist dann falsch. Ja, Und was macht der mit Japan? Ja, ist bestimmt auch falsch. Und Griechenland, das ist ja bizarr, aber es gibt ja so eine Liga. Und wenn man ganz oben ist mit den absoluten Zahlen, USA, dann sagen alle, haha, das habt ihr davon und so weiter. Das heißt, das ist ein bizarrer Vorgang. Aber ich glaube, es ist noch schlimmer, weil identitätspolitisch, nicht nur haben wir die Fantasie nationalstaatlicher Strategien, als wäre das eine gute Idee, um ein Menschheitsproblem zu lösen, sondern wir haben außerdem natürlich diese neuen regionalen Entitäten und Identitäten. Man überlege sich das, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, was man dann alles erleben musste. Auf einmal guckt die ganze Bundesrepublik und meint, es gäbe irgend so ein Wettlaufen der Ministerpräsidenten, Laschet gegen Söder und dann fühlt man sich auf einmal als Rheinländer gegen Bayern und so weiter. Das sind ja so Duotätsfürstentumverhältnisse aus dem 16. und 17. Jahrhundert, dass man auf einmal sogar innerhalb einer nationalstaatlichen Grenze anfängt, darüber zu fantasieren. Das sind ja Halluzinationen im Grunde genommen, diese Identitätspolitiken. Man halluziniert sozusagen sich ein Bild vom Bayer herbei und dann passt es, dass der Ministerpräsident diese Rolle so gut spielt. Aber das sind eben, das sind natürlich Schieflagen. Also das sind, wenn wir so reagieren auf die Situation, so verzweifelt, dass wir solche Identitäten aufrufen, dann ist es natürlich an der Stelle noch sehr weit bis zur Einsicht. Das trägt auch dem moralischen Impuls dieser Zeit noch nicht ganz Rechnung. Also es gibt eben auch diese Schieflagen. Und um die zu korrigieren, brauchen wir konkrete Maßnahmen. Also ein Vorschlag zum Beispiel, wir bringen unseren Kindern Lesen und Schreiben bei, elementar, so früh wie möglich. Also es muss irgendwie vertretbar sein, die sollen erst mal spielen und so weiter. Aber irgendwann findet man, jetzt sollt ihr lesen und schreiben und dann wird das auch belohnt. Buchstaben, Zahlen und so weiter. Warum bringen wir denn unseren Kindern nicht das moralische Denken bei? Das tun wir so beiläufig in Familien oder Kirchen oder irgendwo. Aber dann bringt man ja eigentlich nur so eine Art Sippe bei. Also in unserer Sippe benimmt man sich so, so entstehen diese Identitäten und in den anderen Sippen benimmt man sich anders. Dann hat man auf einmal eine katholische Sippe und eine muslimische Sippe und eine säkulare Sippe. Das sind Sippen. Das ist keine Ethik. Das ist das Gegenteil. Das ist lokales Gruppendenken. Und deswegen fordere ich Philosophieunterricht ab spätestens Grundschule. Und zwar auf der Sippe. Warum würde man denn glauben, dass der Unterricht von grundlegender Sprache, Deutschunterricht und Mathematik systemrelevanter sei, als bitte sehr das Nachdenken hinsichtlich der Frage, was wir tun sollen? Ja, das sind meine größten schulischen Erinnerungen sozusagen. Zum ersten Mal sich mit Ethik, mit Kant, mit der Aufklärung zu beschäftigen. Und da war irgendwie mit 13 meine erste Frage, habe ich nicht verstanden. Herr Aufklärung, warum war das eine Epoche? Das hört doch eigentlich gar nicht auf. Warum ist das nicht so? Und warum? Die Aufklärung ist ja immer weitergelaufen. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zur Aufklärung sozusagen kommen? Oder du, vielleicht nochmal kurz zurück zu diesen Gruppenidentitäten, wie wir Menschen sozusagen in die Schubladen packen. Das sind sozusagen nicht nur Nationalstaaten, sondern in Amerika erlebt man das ja gerade wahnsinnig extrem, wie eigentlich die liberalen Leute, die eigentlich auf eine Art so gewisse Vordenker waren auf der Suche. Was vereint uns denn? Sind eigentlich momentan eher diejenigen, die sozusagen die Spaltung eigentlich vorantreiben, weil eben keine Öffnung da ist, sondern weil sozusagen eine Abwertung stattfindet. Und wir momentan, diese Identitäten und diese Gruppen, die sich formen, tragen eben zu einer Spaltung bei. Und der Virus hat das jetzt eigentlich im Moment noch irgendwie unterstützt. wenn du sagst mit den, also wie können wir dem begegnen? Also gefühlt mit allem, das was wir machen und auch sprechen, sollte eigentlich eine maximale Inklusivität irgendwie das Ziel sein. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Man muss sich wirklich die Arbeit machen. Du hast jetzt angesprochen, als Unternehmer, man versucht irgendwie diese Ketten zu Ende zu denken. Aber das ist natürlich wahnsinnig komplex und das kann niemand sozusagen in Anspruch nehmen, alle Konsequenzen, irgendwie von allen Perspektiven irgendwie anzunehmen. Aber ich schätze mal, das ist einfach dieser Prozess, den man starten muss. Genau. Und der wahrscheinlich auch nie zu Ende ist. Ganz genau. Also der Prozess der Aufklärung, es gibt zwar moralischen Fortschritt, also zum Beispiel haben wir ja auch in den letzten Jahren moralischen Fortschritt erlebt unter so Stichwörtern wie MeToo, Einsicht in die ökologische Krise, Extinction Rebellion, Fridays for Future und so weiter. Es gibt ja eine Liste von Faktoren, Faktoren, die man als moralischen Fortschritt markieren kann. Es gibt ein Bewusstsein dafür, immerhin, das bringt die Sache noch längst sich zum Verschwinden, aber ein Bewusstsein für fatale sexuelle Gewalt. So, Sexualisierung von Macht und so weiter, das haben wir jetzt ganz anders im Bewusstsein. Da gab es Prozesse, verschiedene Prozesse der Emanzipation mit weitreichenden Konsequenzen auf der einen Seite. Aber wir sind da natürlich das moralischer Fortschritt. Aber das bedeutet nicht, dass es ein absolutes Ziel gibt. Die Aufklärung läuft nicht auf ein Ziel und dann ist Ruhe, sondern das ist ein prinzipiell nicht abzuschließender Prozess, wofür es einen einfachen, nachvollziehbaren, philosophischen Grund gibt. Um zu beurteilen, was man in einer konkreten Situation tun soll, muss man, du hast das ja auch schon mehrfach angesprochen, der Komplexität der Situation Rechnung tragen. Es ist häufig nicht sehr einfach, die Frage zu beantworten, was das objektiv Richtige ist, weil die Lage, die Handlungssituation, in der man sich befindet, komplex ist. Wenn aber das Ziel der Akteure, also der einzelnen Beteiligten, die an der Aufrechterhaltung von sozialen Systemen beteiligt sind, wenn deren Ziel ist, gemeinsam moralischen Fortschritt, also die maximale Inklusivität, wie du das genannt hast, anzustreben, dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit drastisch, dass moralischer Fortschritt entsteht. Wenn alle glauben, irgendwer anderes müsse das tun, den moralischen Fortschritt, die Regierung oder so, also wenn man irgendwie glaubt, es müsse irgendwer doch dafür nicht Sorge tragen, dass das schon läuft, was soll ich denn da tun als Individuum, dann kann es natürlich niemals gelingen, weil die Individuen müssen ja die Handlungen ausführen, selbst wenn Rahmenbedingungen durch andere Akteure, wie Regierung und so weiter, per Steuergesetz und so weiter, kann man manches regulieren, aber nicht hinreichend viel, sonst wären wir auch nicht frei. Sonst wäre es ja auch keine freie Entscheidung auf unserer Seite, das Richtige zu tun und wir würden eben das Richtige nicht tun. Dazu gehört die Einsicht. Und wenn wir eben merken, dass wir Leute nicht mitnehmen, dann machen wir irgendwie in der Taktik was falsch. Richtig, ganz genau. So ist es. Wir müssen lernen, jetzt noch auf uns bezogen in Deutschland, in dem Maße, in dem wir eben in Deutschland auch faktisch sind, müssen wir noch weit über Identitäten hinausdenken. Also ein Beispiel, ich wette, ich habe das ein paar Mal getestet auch, dass sehr viele Menschen in Deutschland, wenn man sie fragt, glauben, eine Antwort auf die Frage zu haben, wie ein typischer Deutscher aussieht. Ich kriege da häufig Antworten, also meistens so was wie, ungefähr wie ich oder so. Aber der Irrtum ist natürlich, dass es so was nicht gibt, wie ein typischer Deutscher aussieht. Es gibt auch keinen typischen Deutschen und so weiter. Was es gibt, ist die Inszenierung von so etwas. Es gibt die Illusion, es gäbe einen typischen Deutschen und ihre Inszenierung. Das sind eben Stereotype. Stereotype sind vereinfachte Raster, mittels derer wir uns verständlich machen, wie andere handeln. Man glaubt, die Bayern oder so jetzt, die am Bayern schon wieder, aber man glaubt, die Bayern, die sind so und so. Die machen irgendwas, ich weiß nicht was, Trachten tragen und so. Und dann stellt man sich die Bayern eben vor und die Erwartung wird dann teilweise auch bestätigt. Also glaubt man, aha, man habe eine gute Erklärung. So eine Art Soziologie für Anfänger. Man weiß jetzt ungefähr, wie die Bayern sind. Ohne große Studien, das weiß man ja so. Das ist sozusagen allgemeines Wissen. Aber faktisch ist das eine Illusion. Also diese Identitäten, die gibt es eigentlich letztlich nicht, weil wenn man jetzt wirklich mal anfängt, sich die Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen ist jemand ein Bayer, also man versuche wirklich mal zu definieren, was das dann jetzt ist, ein solcher Bayer. Eine Geschichte. Also Identitäten bauen sich ja über Geschichten auf. Ganz genau. Man erzählt Geschichten und die sind meistens sehr schlecht erzählt. Also diese Identitätsgeschichten sind meistens ziemlich geschmacklos. Also wenn ich jetzt die Geschichte vom typischen Bayern erzählen würde, mit Weißbier und Weißwurst und so weiter und CSU und so, wenn ich jetzt also eine solche Geschichte erzähle, das ist ja ein ganz geschmackloses Konstrukt. Das ist ja schlimmer als Meister Eder und der Pumuckl, weil da gibt es wenigstens noch den Pumuckl. Also und so ist das eben mit diesen Identitäten. Wenn man da genauer hinschaut, was die Menschen sich da so erzählen, dann ist das eben letztlich eine unerträgliche Geschmacklosigkeit und im Übrigen einfach auch eben wissenschaftlich unhaltbar. Ja, und man lässt das Individuum auch nicht das sein, was es sozusagen ist, weil wir wollen ja, man will ja nicht Kultur sozusagen verlieren und Identität ist ja nicht nur Kultur. Also man muss ja nicht alle Geschichten sozusagen, die man von sich selber hat, fallen lassen. Ja. Weil das ist ja auch eine große Angst von sehr vielen Leuten. Was muss ich jetzt sozusagen aufgeben, wenn ich international denke? Aber gibt es da eine Möglichkeit, das auszubalancieren? Ja, ich glaube, wir müssen lernen. Das ist eben, betrifft uns alle selbst. Das ist ja die Aufgabe der Philosophie immer schon gewesen. Philosophie heißt ja wörtlich übersetzt, Liebe zur Weisheit oder mit der Weisheit befreundet sein wollen. Das heißt, die großen Heroen der Philosophie-Geschichte, also sozusagen unsere Heiligen, Sokrates und diese, was die ja machen, ist, die stehen dafür, dass sie eine ganz andere Geschichte von sich erzählen, eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Also die Philosophie beginnt im anspruchsvollen Sinne mit den platonischen Dialogen. In den platonischen Dialogen geht es genau um diese Frage, was sollen wir tun, was ein gerechter Staat, was können wir erkennen und so weiter. Und interessanterweise ist die Philosophie, so wie wir sie seitdem kennen, die hat anders angefangen in Indien, China und Afrika mit ähnlichen Motiven, aber ich fokussiere mich jetzt einfach mal auf diese Linie, diese griechische Linie, weil die besonders vorbildlich ist und weil ich sie einfach auch am besten kenne. Es ist kein Urteil darüber, dass in Afrika die Geschichte schlechter verlaufen sei. Aber an Platon und Sokrates und so kann man das gut durchführen. Und was man dort sieht, ist, dass Geschichten erzählt werden, wie man eben kosmopolit werden kann. Und interessanterweise ist die Philosophie entstanden, wenige Jahre nach der attischen Pest. Also da gibt es, also wenn man die Pestgeschichte jetzt nochmal aufruft, der Seuchen, dann berichtet eben Thucuidides im zweiten Buch der griechische Historiker von der Pest, die durch Athen gezogen ist, die den großen Staatsmann Perikles hingerichtet hat und kurz darauf ist Platon geboren. Also das heißt, die altgriechische Demokratie reagiert unter anderem auf die Präsenz einer Seuche, auch die Menschheit vereinenden Seuche. Und wenn man heute, das kann ich nur jedem empfehlen, auch Albert Camus die Pest nochmal liest, dann stellt man fest, das liest sich so ähnlich wie eine Beschreibung unserer derzeitigen Lage. Das ist geradezu absurd. Also die Phasen, die die Figuren bei Camus durchlaufen, die verschiedenen Rollen, da gibt es halt auch Team Drosten und Team Streeck und so. Also wenn man, die heißen dann ein bisschen anders und das ist durchaus kultivierter als in der Bild-Zeitung. Aber im Allgemeinen sind diese Rollenverteilungen dort alle da. Also das ist ganz interessant auch, wie universal die Menschheit darauf reagiert. Und was Sokrates empfohlen hat, der eben den Begriff der Philosophie als Liebe zur Weisheit geprägt hat, ist, dass jeder von uns, jede von uns eben an der individuellen Geschichte arbeitet. Also der Versuch muss sein, dass wir unsere Geschichte, die auch immer geteilt ist mit den Geschichten anderer, versuchen, uns gut zu erzählen. Man muss eben hart an sich arbeiten. Wir kennen das ja alle als individuelle Lebenskrise. Wenn man sich in einer individuellen Lebenskrise befindet, die durch irgendetwas konkret ausgelöst ist oder auch durch gar nichts, sondern die einen vielleicht einfach irgendwie überfällt, man weiß gar nicht warum, dann kommt man aus der Krise erst dann heraus, wenn man alle Fäden der eigenen Erzählung neu sortiert hat. Wenn man sich ganz neu selber erzählen kann. Man muss alles durchlaufen, deswegen kehren wir an Orte der Vergangenheit zurück und so weiter. Wir kehren so lange zurück, bis wir nicht mehr zurückkehren müssen. Das Trauma ist ja überwunden, wenn das Begehren, zurückzukehren, verschwunden ist. Also nicht Odysseus, der am Ende wieder nach Hause fährt, sondern wenn wir es geschafft haben, uns nicht mehr im Kreis zu drehen oder wie das mein Lieblingsphilosoph Schelling genannt hat, wenn wir aus dem Kreis eine Linie gemacht haben. Also wenn wir uns nicht mehr im Kreis drehen, sondern wenn Zukunft wieder offen ist. Das ist ja der Weg. Und das gelingt, das ist psychotherapeutische Binsenweisheit, aber eben auch philosophisch begründet, dadurch, dass wir die Fäden der Erzählungen, aus denen wir bestehen, neu sortieren. Und das geht nicht, indem wir auf identitätspolitische Vorstellungen zurückgreifen davon, was es bedeutet, in einem Bundesland zu leben. Wo kommen denn die Bundesländer auf einmal her? Der Föderalismus ist eine wohltuende Organisationsform. Ich will das gar nicht kritisieren. Als deutscher Beamter habe ich überhaupt gar nichts gegen Föderalismus. Steht im Grundgesetz wunderbar. Das ist erstmal nur eine administrative Form, die sehr nützlich ist zur Ressourcenverteilung. Aber natürlich sollte der Föderalismus nicht eine Denkform sein. Also dass man irgendwie wirklich glaubt, Berlin ist eine Lebensform und so weiter. So sollte man das nicht sehen. Also Berlin finde ich auch toll und so weiter. Aber man sollte auch nicht glauben, dass am Berliner Wesen die Welt genießen soll. Die Welt soll an keinem Wesen genesen. Sondern wir müssen tatsächlich verstehen, dass die pluralen individuellen Lebensformen vereinbar damit sein müssen, dass es so etwas gibt wie eine allgemeine, von uns allen geteilte Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit ist dann sozusagen die moralische Geschichte, die wir gemeinsam finden, weil wir vielleicht doch eine übergeordnete Geschichte brauchen? Genau. Wir brauchen diese übergeordnete Geschichte. Das bedeutet geopolitisch im Moment zum Beispiel auch, dass wir eine gemeinsame Geschichte, ob wir das mögen oder nicht, es muss auch eine neue und andere Geschichte sein. Aber wir können heute keine Geschichte erzählen, ohne zum Beispiel Asien in Betracht zu ziehen. Wir können die Geschichte nicht so erzählen, dass wir jetzt sagen, wir tun jetzt einfach so, als gäbe es China nicht. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir moralischen Fortschritt vorantreiben. Da gibt es in der Tat eine gute Tradition durchaus in Deutschland, die wir da aufgreifen können, philosophischer Natur. Aber das muss in einem solchen Gespräch geschehen. Und interessanterweise, was ich auch in der Krise festgestellt habe, was auch damit zu tun hat, durch den geopolitischen Rückzug der USA, der große Auswirkungen hat, auch innerhalb der Philosophie. Auf einmal tauchen unglaublich interessante Stimmen an Orten auf, wo man sie nicht vermutet hat. In der Krise schreit mir ein Philosoph aus Äquatorial-Guinea, wovon ich bisher nichts wusste, ich wusste nichts über Äquatorial-Guinea, außer, dass es, glaube ich, nicht am Äquator liegt. Das war in etwa mein Kenntnisstand von Äquatorial-Guinea. Also ich bekenne mich als vollständig vollständig unwissend bezüglich dieses Landes. Und nun schreibt mir plötzlich jemand aus Äquatorial-Guinea, er hätte ein paar Sachen von mir gelesen und hier ein paar Texte, und ich lese das, muss ich sagen, ein überwältigender Philosoph. Und das habe ich häufig festgestellt in letzter Zeit. Afrika blüht intellektuell gerade auf. Also Afrika ist massiv im Kommen. Und in China habe ich das auch in den letzten Jahren erlebt, dass auf einmal die philosophische Reflexion auf einer Höhe sich katapultiert hatte, die sogar teilweise über dem war, was ich aus den anglo-amerikanischen Diskussionen kannte. Das heißt, das wird plural, auch in Lateinamerika und so weiter, wo man hinschaut, taucht das auf. Und es gibt eben keinen einzelnen hegemonialen Ort. Manche erhoffen sich von Europa, dass wir im Systemwettbewerb jetzt eine neue Stimme kreieren, aber wir müssen da auch was Neues tun. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Vergangenheit immer wieder überarbeiten. Wir haben auch diesen Auftrag. Holocaust, Stichwort in Deutschland, ist ganz offensichtlich, aber nicht nur das. Wir haben ja auch eine Kolonialgeschichte und so weiter. Das müssen wir alles überarbeiten. Aber es ist natürlich sehr viel verlangt, wenn man selber Schwierigkeiten hat, erst mal die eigene Vergangenheit, die eigenen Geschichten zu bearbeiten. Aber das müssen wir einfach tun. Also es führt eben keinen Weg daran vorbei. Und ich halte es nicht für eine unverhältnismäßige Härte von meinen Mitmenschen zu verlangen, dass jeder und jeder von uns sich der Frage stellt, in welchem größeren Zusammenhang stehen wir eigentlich? Also wenn wir unseren geistigen Horizont einengen auf die Frage, welche nutzlosen Konsumgüter wir in den nächsten zwei Jahren erstehen wollen durch hartes Ansparen von Produkten der Lohnarbeit, wenn das der Sinn eines individuellen oder sogar kollektiven Lebens ist, dann kann ich diese Lebensform einfach nur verdammen. Wenn das der Sinn des Lebens ist für Menschen heute, dann ist das Spiel verloren. Damit wird die Menschheit nicht einmal überleben können mit dieser Vorstellung. Das ist die Quelle aller alles nicht nachhaltigen Denkens, so zu denken und zu handeln. Und das geht auch gar nicht in der globalen Situation, in der die Menschheit sich heute befindet. Wir können uns das buchstäblich nicht mehr leisten, so zu denken. Das ist ein hoffnungsloser Akt. Jetzt hast du, glaube ich, fast meine letzte Frage schon beantwortet, weil du hast geschrieben, sozusagen ohne Frage ist irgendwie keine Veränderung. Und wenn wir uns nicht gefragt hätten, wo wir sind, dann würden wir heute immer noch denken, dass die Erde flach ist. Also was ist die Frage jetzt, die wir eigentlich beantworten sollten? Ja, die Frage ist und bleibt, was ist der Mensch? Und wir wissen heute ja mehr über die Wirklichkeit, die nichtmenschliche Wirklichkeit, wozu andere Tiere gehören, und über uns selbst als jemals. Wir haben also einen riesigen Schatz von Wissen in der sogenannten Wissensgesellschaft gesammelt, haben aber einige Wissensformen in der Zwischenzeit verkümmern lassen. Die sogenannten Geistes- und Sozialwissenschaften zum Beispiel sind verkümmert in den letzten 30 Jahren, systematisch, so ausgetrocknetes Gebiet. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen alles das zusammentragen, was wir heute, und natürlich nicht nur wissenschaftliches Wissen, Ich rede jetzt aus der Perspektive eines Universitätsmenschen, aber es gibt natürlich sehr viel mehr als diese Perspektive. Es gibt unternehmerisches Wissen, andere Formen der Weisheit und so weiter, Religion und so. Ich möchte nichts davon unterschätzen. Das muss also alles zusammengetragen werden, spezifisches kulturelles Wissen und so weiter, muss zusammengetragen werden, damit wir die Frage beantworten, wie können wir über uns selbst als freie geistige Lebewesen so nachdenken, dass in unserem Selbstporträt keine provinziellen Vorstellungen mehr sind. Und diese Art von Kosmopolitismus ist sehr viel zutreffender als zu glauben, Kosmopolitismus besteht darin, dass man heute in Shanghai Abendessen war und morgen nach Sydney fliegt. Das ist nicht Kosmopolitismus, sondern irgendwo hinfliegen. Also irgendwo hinzufliegen ist nicht Kosmopolitismus, oder auf Facebook sein, sondern Kosmopolitismus bedeutet, dass man sich wirklich als Teil einer Ordnung versteht von Menschen, die durch ein Gesetz, das die gesamte Menschheit zusammenhält, gesteuert wird. Und das ist übrigens beiläufig gesagt einer der Grundgedanken oder sogar der Grundgedanke der klassischen chinesischen Philosophie. Also manchmal hört man so etwas wie, dass so ein Universalismus, wie ich ihn gerade empfehle, doch etwas sehr Europäisches sei. Das stimmt überhaupt nicht, sondern man findet das in der präkolonialen afrikanischen Philosophie, in der gegenwärtigen sowieso, genauso wie insbesondere auch in der chinesischen Philosophie, wie etwa jüngst der chinesische politische Philosoph Zhao Tingyang in seinem Buch Alle unter einem Himmel ausgeführt hat. Und die Ironie ist die Rezeption dieses Buches in Deutschland. Ich habe Zhao Tingyang in Shanghai bei einem Abendessen kennengelernt. Wir haben uns lange auch über diese Dinge unterhalten und er konnte das antizipieren. Die Reaktion auf das Buch in Deutschland war sofort, ja, da will doch einfach einer alle unter das chinesische Joch spannen. Also da kommt also ein Buch, das sagt, alle Menschen sind unter einem Himmel und dieses Buch sagt ausdrücklich, dieser eine Himmel ist nicht der Nationalstaat der Chinesen und kann nicht hergestellt werden durch das, was er Internationalismus nennt. Das steht also auf jeder Seite. Was geschieht? Es wird eine Geschichte erzählt, warum Zhao Tingyang doch irgendwie sinozentrisch argumentiere, obwohl es keine Spur gibt in diesem Buch. Dann wird irgendwie gesagt, ja, aber der ist doch Chinese und die sind doch alle... und so weiter. So wird über dieses Buch in Deutschland tatsächlich geredet, was eine ganz interessante Verzerrung ist. Und das erlebt man häufiger und darin sehe ich eben ein weiteres Defizit. Wir müssen das ernst nehmen, dass Universalismus eben nicht eine europäische Erfindung ist, sondern eine von allen Menschen geteilte Einsicht. Alle sind irgendwann auf den Gedanken gekommen, dass wir buchstäblich alle unter einem Himmel sind. Das ist das chinesische Konzept von Tian Xia. Tian heißt Himmel und Xia heißt drunter. Himmel drunter. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und das muss man sich ganz wörtlich vorstellen. Wir sind eben buchstäblich alle in einem Bereich, der circa von hier in die Richtung zwölf Kilometer reicht und einmal um die Erde geht. Und dieser Bereich wird derzeit von uns durch CO2-Emissionen und so weiter derart verpestet, dass wir nicht leben können. Und da reicht es eben nicht, wenn eine Kleinstgruppe oder auch größere Gruppe, die Europäer, das moralisch Richtige tut und ökologisch handelt. Das müssen wir alle tun. Und wie gesagt, ohne China geht das nicht. Mit den USA können wir derzeit nichts machen. Bleibt nur zu hoffen, dass das Biest verschwindet. Aber da habe ich leider keine große Hoffnung. Und selbst wenn, gut, mit Joe Biden haben wir wenigstens an der Front Ruhe, sagen wir es mal so fürs Erste. Ist auch keine emanzipatorische Politik, aber wenigstens nicht das. Aber Kontraste drücken ja auch, bringen Veränderungen ans. Genau. Unterstützen Veränderungen. Wir brauchen neue Formen der Kooperation. Wie gesagt, auch intellektuell mit Afrika. Ist ganz fatal. Afrika ist doch nah. Wir können nicht Europa ohne Afrika denken. Das halte ich für einen großen Fehler. Wenn wir Afrika denken als einen Ort, von dem alle rüberschwimmen wollen nach Europa, was stellen wir uns denn vor, was Afrika ist? Das ist ja schon eine Vorstellung von Afrika, die unvorstellbar ist. Wir müssen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für uns, als jetzt in unserer spezifischen Lage, wo wir hier in Europa sind, unser Verhältnis zu Afrika vollständig zu revidieren. Du hast die Landwirtschaft angesprochen. Das bedeutet, dass wir ökologisch nachhaltige Landwirtschaft dort fördern müssen und so weiter und so weiter. Und in gemeinsamer Kooperation. Das ist nicht irgendwie das andere, sondern das sind Leute. Da sind noch mehr Leute, die sind nur von unserer Scholle durch ein bisschen Wasser getrennt. Und die Vorstellung, dass diese Leute, die auf so einer heißen Scholle sitzen, ja eh alle nur hierher wollen und so weiter. Wenn wir so darüber nachdenken, dann ist kein Gespräch möglich. Also wir brauchen diese ganz neuartigen Gesprächsformate, glaube ich, damit wir, und die müssen ohne jede Hegemonie verlaufen. Also wenn man glaubt, man müsse Entwicklungshilfe in Afrika betreiben, ist auch schon wieder alles verloren, weil man dann glaubt, es gäbe so einen Entwicklungsstandard, also so wie wir. Und da wollen ja alle hinkommen. Und jetzt wollen wir denen nur helfen, dass sie da hinkommen, wo wir hinkommen. Nämlich eine die Welt zerstörende und verpestende Automobilindustrie herstellen. Warum wollen wir denn das unseren Freunden in Uganda beibringen? Ja, danke euch!